hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge real farming ls 19 meets reality auf der grünfelder land fleißige mitarbeiter haben hier natürlich schon den lkw abgeladen das heißt ich könnte eigentlich ich denke ich werde noch mal im wald fahren und noch mal ein paar stämmchen abholen hoffentlich wieder ohne unfall dann können wir nämlich das sägewerk hinten auch noch mal befüllen und dann werde ich mich darum kümmern dass ich die paletten ein bisschen ins lagereinlage heute beziehungsweise ich werde heute wahrscheinlich hauptsächlich nicht mehr viel machen können ich werde noch ein paar stämme aufladen und dann auch den feierabend eindeuten egal 37 euro bezahlt für einen kleinen blitzer erinnerungsfoto so mein feld muss angesät werden ich weiß gar nicht ich hatte glaube ich dem diesel den auftrag schon erteilt bzw gesagt was er anpflanzen und ich müsste auch mal gucken aber das können wir ende der woche machen dass man die kleinen baumstämme vom wald aufsammeln und in den häcksler reinmachen hier rechts das müssen wir diese woche auch noch mal machen dass wir im wald wieder ein bisschen ordnung kriegen die holzscheitel produktion bisher inzwischen betrieb ich muss noch gucken muss gleich auch noch mal gucken was der metzger sagt und wie viel geld wir für die steaks und die würstchen kriegen würden warte mal da fahren wir doch hier mal gerade auf dem parkplatz und gucken mal kurz im tablet nach was da die preise sind sind schon wieder gesunken ey also ich glaube wirklich dass diese 600 plus für steak wirklich gut sind also um die 600 müsste ich eigentlich verkaufen warte mal gerade noch mal reinschauen um 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 vorhandeln mal 6 paletten und scheitler haben wir auch schon wieder eine palette und da habe ich glaube ich auch wasser geordert gehabt muss ich gerade mal telefonieren ja ich wollte sie gerade anrufen dass ich gerade auf dem weg zu ihnen werden ok äh sie wissen wo sie das abladen müssen äh sie sagten auf jeden fall einmal hünerstall beide hünerstelle und den rest habe ich vergessen bei der hünerstelle und dann in feldkirchen ähm bei der zellulose produktion die zellulose produktion das war der industriegebiet in der polizeiwache richtig genau genau ah gut 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 bei der dannemann gegenüber das war aber dann 31 32 tonnen wasser ne äh 32.000 liter ja ja ich vertausche das immer ich muss auch gerade gucken wie ich fahre um ehrlich zu sein also je nachdem wo sind sie denn gerade ja ich habe es gerade vom wasserturm geholt äh hellenbergen ja beim marktplatz ja ok dann fahren sie doch direkt nach feldkirchen und ich komme zur zellulose produktion dann können wir nämlich dir koordinieren wo das reinkommt mh ok bis gleich bis gleich tschau tschau gut dann machen wir das so dann fahre ich da mal schnell hin dass der das auch in die richtige äh in den richtigen Tank einfüllt nicht in den falschen Danke, danke, danke. Ja, warte mal, ich stelle mich, glaube ich, einfach mal hier hin, dann stehe ich ihm da nicht im Weg. Dann stehen wir aber ein bisschen weit auf der Straße. Volker Baruna, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Servus. Du, einmal steuern. Du kommst immer nur dann, wenn du Geld brauchst. Nee, die Gemeinde braucht Geld. Nee, ich. Kommt auch das gleiche raus. Oh, wie viel denn? Sieben, warte. Äh. Sieben, sechs. Also 7600. Hm, Moment. Sieben, tausend, sechs, hundert. Jo, sollte raus sein. Äh, passt. Gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Geier. So, ein Geier. Okay, er macht's halt wirklich im Auftrag der Gemeinde, aber, äh, ich brauch hier mal wieder ein bisschen Hackschnitzel. Ah, hier. Moin, moin. Servus. Äh, fahren Sie hier grad mal rein? Ja. Und dann hier an den, äh, hier an den Turm rückwärts ran. Hier. Ja, ziehen Sie grad davor, und dann passt's eigentlich. Also zurück, und dann an da. Ja, noch ein Stück. Gut. So, und wie viel soll ich denn jetzt hier reintun? Machen Sie voll. Gut. Also die 32.000 Liter werden Sie hier komplett voll, äh, leer. Mhm. Können wir dann drüben auf der anderen Seite vom Turm, da ist der Anschluss für die Wasserproduktion, äh, für die Papierproduktion. Können wir da den Rest reinmachen. Ja. Und dann müssten Sie allerdings auch nochmal, äh, vier, fünf, wahrscheinlich so, äh, 10.000 Liter zu den Hühnern bringen. Äh, ja, also Sie haben noch 9.500 Liter übrig. Ja, machen Sie das auf der anderen Seite hier rein? Andersrum, stopp! Ja, weiter, 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 um Sie, andersrum, ja, ja, weiter, 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 um Sie schon ran im Schlauch. Hm, ich setze nochmal nach vorne, dann dürfte es klappen. Ja. Ja. Super. Und dann nochmal 10.000 zu den Hühnern, ja? Ja, das wäre optimal. Also jeweils, oder? Nee, ich glaube so ungefähr insgesamt. Ich kann das nicht so genau sagen. Ja. Machen Sie einfach die Kiste nochmal voll, und dann treffen wir uns bei mir am Hof. Ja, das macht allerdings jetzt schon, also für die erste Ladung macht das schon 12.800. Da ich das jetzt selber geliefert habe. Ja, passt schon. Soll ich Ihnen gleich überweisen? Ja, wäre nett. Und mit der zweiten Ladung müssen wir gucken, wie viel Sie davon letztendlich brauchen, den Rest kann ich halt zurückdrehen. Genau. Gut. Dann mache ich mich mal auf den Weg und hole in die nächste Ladung. Jo, danke. Tschüss. Tschüss. Äh, rufen Sie an, wenn Sie... Hallo? Hallo? Ach, auch gehört. Ja. Ja. Äh, rufen Sie an, wenn Sie von Hellenberg losfahren. Dann fahre ich auch Richtung Hof. Ja. Tschüss. Tschüss. So, dann fahre ich nämlich mit dem hier jetzt mal in den Wald. Und tausche vielleicht dort gegen einen Traktor, oder? Ich lasse dann halt den Anhänger kurz mal stehen. Guck mal mal, ob ich die Liste halt nicht annahe habe. Ah, da, da, da. Gut, ähm, das ist nämlich praktisch. Klar, Wasser kostet es erstmal einen Haufen, aber wir kriegen bei den Eiern, bei den Hühnern so viel Geld wieder raus. Da hatte ich ja sowieso überlegt, ob ich mir dann noch ein paar mehr Hühner kaufen soll. Das werde ich später auch machen. So, jetzt guck ich mal, ob ich hier ein paar Stämmchen verladen bekomme. Bis der mich anruft, aber ich vermute mal eher nicht. Aber zumindest nicht so viele, dass es sich lohnt. Aber ich könnte, ich könnte Ich könnte mit dem Traktor dann zurückfahren und den Joskin-Trailer holen für die kleinen Wormstämme. Dann könnte ich die nämlich auch verladen. Das war ja sowieso ein Plan von dieser Woche. Erstmal die kleinen Schnipseldinger hier verladen für den Holzhacker. Dann kostet das das war ja sowieso. Also, müssen wir es jetzt auf jeden Malher weiterentwickeln. Und jetzt können wir es damit noch ein paar Hühnern nachher weiterentwickeln. Und jetzt können wir uns und acher Ich glaube, das wird man machen. So, ich bedanke mich bei euch jetzt aber erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Schaut morgen wieder rein bei der nächsten Folge Wheel Farming LS19 Mix Reality. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.